Was für viele der VfB Stuttgart, der FC Girona oder der FC Bologna zu sein scheint, nämlich die größte Überraschungsmannschaft der Top-Ligen in der laufenden Saison, ist meiner Ansicht nach ein französischer Verein, der mit dem 4. niedrigsten Etat der Liga und einem Trainer, der über 11 Jahre nicht mehr als solcher tätig war, aktuell auf Kurs Champions League steht. Und die Rede ist dabei natürlich von Start Press, die aktuell Platz 2 in Liga belegen. Das Team aus der Bretagne beendete eine Saison im französischen Oberhaus noch nie höher als auf Platz 8, dementsprechend würde eine derzeit sehr wahrscheinlich bessere Platzierung die erste europäische Teilnahme für den Verein bedeuten. Dabei spielen sie jetzt keinen überragenden, extrem schön anzuschauenden Fußball wie andere Überraschungsmannschaften wie jetzt der VfB oder Girona, sind aber auch kein typisches Überraschungsteam, das nur hinter drin steht, kontert und größtenteils nur über Standards gefährlich wird. Denn so ist der Erfolg in dieser Saison absolut kein Zufall, da man einen klaren fußballerischen Ansatz verfolgt, der ziemlich einzigartig in Europas Top-Ligen ist und später noch näher erläutert wird. Zuständig für diesen ist Trainer Eric Roa. Der 56-Jährige ist eine relativ kuriose Trainerbesetzung, denn er hat in seinem Leben zuvor nur 1,5 Jahre als Trainer gearbeitet und das ist auch schon über 11 Jahre her und war mit einem Punkteschnitt von 1,33 bei Nizza jetzt auch nicht allzu erfolgreich. Ansonsten versuchte er sein Glück eher in der Kaderplanung bei Nizza, Lohs und dann auch bei Watford, ehe er die zweieinhalb Jahre vor seinem Engagement bei Brest als TV-Experte in Frankreich auftrat. Bei Brest übernahm er dann im Januar 2023 auf Platz 17 stehend und führte den Verein dann zum doch noch souveränen Klassenerhalt auf Platz 14 und Platz 10 in der Rückrundentabelle, also er hat die Mannschaft definitiv klar verbessert. Dennoch wurde der seit 2019 wieder in der 1. Liga spielende Klub aufgrund des viertgeringsten Etats und Gesamtmarktwerts der Liga vor dieser Saison von vielen Experten als Abstiegskandidat angesehen, von mir tatsächlich nicht. Mein Platz 13 ist dann Stad Brest. Dennoch wird man nicht in Abstiegsnot geraten, wie von vielen anderen vermutet wird. Gut, ihr habt es jetzt gehört, an sich eine gute Prognose von mir, allerdings haben sie halt nochmal deutlich krasser überrascht, stehen jetzt auf Platz 2 und auf die sportlichen Gründe dafür gehe ich jetzt näher ein. Hoa lässt im Ballbesitz immer in einem klaren 4-3-3 spielen. Ich habe jetzt auch im Hintergrund immer mal ein paar Spielszenen eingeblendet. Dabei gibt es bis auf 2-3 Ausnahmen, die immer so ein bisschen rotieren, eine klar gesetzte Startelf, die ähnlich wie bei Leverkusen beispielsweise immer spielen und einen eingespielten Kern bilden. Das sieht dann meistens folgendermaßen aus und um euch den Kader mal ein bisschen näher zu bringen, habe ich jetzt mal drei Schlüsselspieler ausgemacht, die ich ein bisschen näher vorstelle und fange dann mal ganz hinten an. Im Tor spielt mit Michael Bissot ein sehr erfahrener Keeper, der diese Saison statistisch bereits 6,25 Tore verhindern konnte und somit auf Platz 4 aller League A Torhüter in dieser Statistik liegt. Lesmelou ist auf der 6 der absolute Schlüsselspieler, wahrscheinlich sogar der beste Spieler der League A in der laufenden Saison, also von allen Spielern, von allen Vereinen, denn er ist wirklich elementar für das Spiel von Brest, da er mit Ball überragt, gut vertikal spielen kann, aber halt trotzdem auch gegen den Ball ein absoluter Abräumer ist, der auch die meisten Zweikämpfe für sich entscheiden kann. Vor der Saison musste man dann mit Franck Honorat, der für 8 Millionen zu Gladbach gewechselt ist, einen sehr schmerzhaften Abgang auf dem rechten Flügel verkraften. Der Nachfolger von Honorat hat ihn aber tatsächlich komplett vergessen gemacht mit dem zuvorigen Rotationsspieler Romain de Castillo. In ihm hat man einen relativ abschlussstarken Kreativspieler, der offensiv eigentlich überall auftaucht und seine Mitspieler häufig gut in Szene setzen kann. Zur Wahrheit gehört auch, dass man kaum Verletzungen hatte, vor allem in der Defensive, die sowohl gegen als auch mit Ball der große Schlüssel zum Erfolg ist. Mit nur 19 Gegentoren stellt man zusammen mit Nizza die beste Defensive der Liga, im Top-Ligen-Vergleich sind nur Inter Mailand, Real Madrid und Bayer Leverkusen besser. Entgegen eurer Erwartungen ist dies jetzt aber nicht auf passives, tiefes Verteidigen zurückzuführen, sondern einem sehr proaktiven Spielstil, bei dem viel mit Mannbezug und enger Mann verteidigt wird, zu verdanken. Hier eine Szene aus dem Spiel gegen Nantes, da stellt man es auch Mann gegen Mann zu, lässt jeweils nur den ballfernen Außenverteidiger frei, sodass man hinten noch mit einem Mann Überzahl hat gegen die Angreifer von Nantes. Sehen wir auch, Nantes hat hier das Spiel verlagert auf die andere Seite, dann wurde eben der rechte Verteidiger frei und der linke Verteidiger, der den Ball hat, wird zugestellt. Aber zum Beispiel hier im Spiel gegen Lors hat man es auch mal komplett 1 gegen 1 zugestellt. Wir sehen hier alle zu, außer am linken Bildrand ist Soto K. frei, den ich hier markiert habe, aber genau der erhält den Ball. Wir gehen ein Bild weiter und sehen, der linke Innenverteidiger Brassier sticht aus der letzten Kette heraus, übt Druck aus und erobert somit den Ball zurück. Also wirklich extrem aggressives Herausstechen auch von den Innenverteidigern, wenn sie gefragt sind. Und genau das macht den Spielstil gegen den Ball aus. So hat man einerseits die meisten Tackles der Liga und andererseits die zweitmeisten hohen Ballgewinne, was ein PPDA-Wert von 9,8 unterstreicht. Dies ist in dieser Metrik, die angibt, wie intensiv und vor allem wie erfolgreich man presst, ein sehr starker Wert. Natürlich kann man das hohe Pressing so nie das komplette Spiel durchziehen, muss sich auch mal zurückziehen, aber meistens geht man dann erstmal in ein Mittelfeldpressing über und hat da auch eine klare Grundordnung, nämlich ein 4-1-4-1, wie wir es jetzt hier auch sehen. Ich habe da mal mehrere Spielszenen dazu rausgesucht. Vor allem wichtig ist dabei wieder mal der Sechser mit Les Meloux. Der ist damit eigentlich immer auf sich allein gestellt, nimmt vor allem die Spieler vom Gegner zwischen den Ketten auf. So versucht man dann meistens auch gar nicht erst ins ganz tiefe Verteidigen am eigenen Sechtsilinder zu kommen, was sich natürlich nie ganz verhindern lässt, aber selbst dann, wenn es mal passiert, werfen sie sich wirklich in jeden Ball, verteidigen leidenschaftlich und haben mit Bissot ja immer noch einen sehr starken Keeper hinten drin. Im eigenen Ballbesitz wiederum fällt vor allem eines auf, nämlich der Gebrauch von langen Bällen. Vier der Top 10 Spieler der gesamten Liga bezüglich genauer langer Bälle sind von Brest. Die beiden Innenverteidiger mit Brassier und Chardonnay, Rechtsverteidiger Lala und Sechser Les Meloux. Das führt dann dazu, dass sie mannschaftstechnisch mit riesen Abstand die meisten genauen langen Bälle gespielt haben. Auch im Vergleich zu den anderen vier Top-Ligen sind sie da mit 32,6 pro Spiel klar die Nummer 1 in Europa. Kein anderer Verein hat im Ansatz so viele lange Bälle an den Mann gebracht. Diese sind aber nicht etwa planlos, sonst würden auch nicht so viele ankommen, sondern meistens tatsächlich echt gut vorbereitet. Mit 53,3% durchschnittlichem Ballbesitz ist man durchaus komfortabel, den Ball auch mal tief zu halten und durch die eigenen Reihen laufen zu lassen. So lockt man einerseits den Gegner an, um Raum hinter ihrer Kette zu kreieren, den man dann mit langen Bällen bespielt und gibt aber auch den eigenen Offensivspielern mehr Zeit, sich nah beieinander zu positionieren, wodurch man auch für zweite Bälle, falls man den ersten Ball nicht festmachen kann, gut gestaffelt ist. Die Mannschaft wird dabei immer relativ klar unterteilt in einen sehr flachen 4-1-Aufbau, also die Abwehrspieler plus 6er Les Melus und die offensive Dreierreihe, die dann von den beiden Achtern unterstützt wird. Also das ist die klare Struktur im Ballbesitz, wie ich sie vorhin schon angesprochen habe. Fünf Spieler für den Spielaufbau, für die langen Bälle meistens und fünf Spieler, die dann eher offensiv genutzt werden. Diese Spielweise hat, wenn man sie perfektioniert hat und noch das passende Spielermaterial dafür hat, auf jeden Fall einen großen Nutzen, zu dem ich auch noch ausführlich komme, aber es besteht natürlich auch immer so ein bisschen ein Risiko. Wenn der Gegner es gut presst, dann besteht natürlich immer die Möglichkeit zu hohen Ballgewinnen und dass die dann schnell zum Abschluss kommen. Hier beispielsweise baut man es auch auf in dem 4-1-Aufbau, aber gegen PSG ist es im Pokal. Da verliert ein Linksverteidiger Loco den Ball und Mbappé erhält den Ball und macht dann kurz einen Prozess, PSG geht in Führung. Das soweit zum Risiko, die diese Spielweise mitbringt, aber meistens profitiert man natürlich davon. Nicht umsonst stehen sie ja auf Tabellenplatz 2 mit diesem Kader, der eigentlich nicht dafür gemacht ist, dass man so weit oben mitspielen kann. Und wenn wir uns jetzt mal im Spielaufbau weiter nach vorne bewegen beziehungsweise schauen, was das Ziel dieser langen Bälle ist, dann ist es tatsächlich weniger das Zentrum, um den Ball da dann erst mit einem Zielspieler festzumachen, sondern häufig ist das Ziel der langen Bälle direkt schon die jeweiligen Flügelpositionen, um dann über Außendurchbrüche zu erzielen und da hinter die Kette zu kommen. Da habe ich hier zwei Beispiele. Häufig kippt dann auch Sechser Les Melus tatsächlich halb rechts ab, neben die beiden Innenverteidiger. Und dadurch können dann eben die beiden Außenverteidiger weiter hochschieben. Die anderen Spieler können eher ins Zentrum rücken. Und da ist man dann offensiv einfach nochmal besser besetzt. Aber auch hier im Spiel gegen Nantes sieht man das sehr gut. Da kippt Les Melus ab. Beide Außenverteidiger schieben extrem hoch. Somit hat man in der letzten Linie, wo Nantes mit 4 verteidigt, eine Überzahl. 5 gegen 4. Und die können es auch nicht so breit verteidigen. Ich meine, da ist ein Spieler links ganz außen, einer rechts ganz außen. Das ist extrem schwierig zu verteidigen. Dadurch, dass man dann einen Dreieraufbau hat, kann auch der linke Innenverteidiger mit Brassier häufig, wenn er den Ball bekommt, antribbeln. Das ist auf jeden Fall eine Stärke von ihm, von dem Linksfuß. Der ist da ideal gemacht für. Aber in dem Fall hat man den langen Ball perfekt vorbereitet. Der zentrale Innenverteidiger mit Chardonnay spielt ihn links raus auf Linksverteidiger Loco, der dann auf dem Flügel außen durch ist. Der Begriff langer Ball wird ja häufig auch mit hohen Bällen gleichgesetzt. Aber bei Prest gibt es diese auch des Öfteren in der flachen Variante. Und gerade Rechtsverteidiger Lala ist da prädestiniert dafür und spielt teilweise überragende Bälle in die Tiefe. Da habe ich hier auch nochmal zwei Beispiele. Einmal im Heimspiel gegen PSG. Hier ist er markiert, hat den Ball, spielt den ganz außen durch an der Linie entlang. Man sieht den Spieler, der den Ball bekommt, gar nicht. Wenn wir ein Bild weitergehen, ist er eben außen durch. Man hat einen Durchbruch rechts und mehr oder weniger eine 3 gegen 2 Situation gegen die PSG-Verteidigung. Auch hier im Spiel gegen Law sieht man auch eine gute Variante. Denn einerseits hat man hier den rechten Flügel, Del Castillo. Der kommt entgegen, bringt damit so ein bisschen Verwirrung bei Laws rein. Also eine gute gegenläufige Bewegung. Denn der Achterkamera startet dann in den kreierten Raum, aus dem Del Castillo rauskam, ein. Und Lala spielt wieder mal einen perfekten, flachen, langen Ball in die Tiefe. Und Kamera ist wieder mal rechts durch. Linksverteidiger Loco hingegen ist ein guter Ballträger, der also mit Ball am Fuß viele Meter überbrücken kann und so den Ball auf eine andere Art und Weise nach vorne auf den Flügel treibt. Und wenn wir gerade bei Loco sind, den sehen wir hier am Ball in der Grundstruktur, wieder 4-3-3. Und fast jeder Angriff von Brest erfolgt also über den Flügel, von wo sie dann über zwei Wege meistens ins Zentrum kommen, um dann recht schnell abzuschließen. Einerseits wie hier, da ist es wieder eine gute gegenläufige Bewegung. Einer kommt kurz, einer geht in die Tiefe, wodurch der PSG-Spieler dann nicht weiß, wie er sich entscheiden soll. Loco spielt dann den Ball auf Stürmer Sadriano in die Tiefe, der dann ins Dribbling nach innen geht und Pereira Larsch den eingerückten rechten Flügel in der Mitte bedient. Bei erfolgreichen Dribblings ist man im Liga-Vergleich auch vorne mit dabei und nutzt diese immer wieder, um den Ball in die Mitte zu bringen, nachdem man sich auf außen durchgespielt hat. Die andere, zweite Variante ist das Flankenspiel. Da ist man Platz 1 der Liga mit 6,1 angekommenen pro Spiel. Da sehen wir hier ein Beispiel, Flanke von Del Castillo, der bringt den Perfekter auf Zielspieler und Stürmer Mounier, der dann eben einigen kann. Bei beiden Varianten, um vom Flügel ins Zentrum und somit zum Abschluss zu kommen, wird der Strafraum gut und von möglichst vielen Spielern besetzt. Auch hier nochmal eine Szene gegen PSG. Ja gut, wieder PSG, aber die haben halt schon dreimal gegeneinander gespielt, die das klare Flügelspiel verdeutlicht. Links haben wir Linksverteidiger Loco hochgeschoben, der linke Flügel Le Duaron rückt damit ins Zentrum ein. Zielspieler Mounier bindet als potenzieller Flankenabnehmer gleich zwei Spieler von PSG. Rechtsverteidiger Lala hat rechtsaußen den Ball, spielt auf den eingerückten rechten Flügel Del Castillo, der in der Mitte den Achter Camara bedient, der dann ein bisschen glücklich trifft, aber es war halt wieder nach klarem Muster und mutigem Spiel herausgespielt mit sehr offensiven Außenverteidigern. Wenn wir hier nochmal die Zones of Control anschauen, lässt sich dieser klare Plan auch deutlich wiedererkennen. Die blauen Felder kennzeichnen die Bereiche des Spielfelds, in denen Brest mehr als 55% Ballberührungen hat. In den roten Feldern hat der Gegner mehr als 55% und die grauen Felder liegen dazwischen. Demnach zeigt sich der Erfolg ihres hohen Pressings bzw. des Ansatz gegen den Ball, da der Gegner durchschnittlich keine allzu krasse Kontrolle in der Hälfte von Brest hat. Und der offensive Plan zeigt sich auch insofern, dass man die Flügel kontrolliert und dort viele Berührungen hat, im Zentrum aber wiederum nicht, da man meistens eher schnell ins Zentrum spielt und da dann so schnell wie möglich den Abschluss sucht. So nimmt man auch mit die meisten Schüsse generell, aber auch aufs Tor im Ligavergleich. Mit sechs erzielten Standard-Toren ist man komplett im Mittelfeld der Liga, also in einem Bereich, der ansonsten häufig von individuell schwächeren Teams genutzt wird, um mit besseren Teams mitzuhalten, sind sie bei Brest gar nicht mal so krass, was nochmal unterstreicht, wie gut ihre Prinzipien und ihr System aus dem Spiel heraus funktionieren. So fährt Brest auch verhältnismäßig wenige Konter, da sie entweder den Ball schon sehr hoch erobern oder im tiefen Ballbesitz erstmal durch die eigenen Reihen laufen lassen. Ich habe hier auch nochmal eine Szene, die ihre Prinzipien klar aufzeigt. Erst kommt der lange Ball in den Bereich hier, wo viele Spieler platziert sind. Auch wenn man ihn nicht direkt festmachen kann, geht man wie so häufig stark ins Gegenpressing, hat eine 4 gegen 3 Überzahl. Nach dem Ballgewinn verlagert man das Spiel dann sehr schnell auf dem ballfernen Flügel, auf dem man häufig wie hier die Breite hält. Del Castillo zieht nach innen, geht ins Dribbling, wird wichtigerweise auch von Lala überlaufen, bedient dann im Zentrum den Mitspieler, der aber knapp am Tor vorbeischießt, zeigt aber nochmal, wie klar die Einläufe einstudiert sind und sie ihre Angriffe vortragen. Dann stellt sich natürlich auch noch die Frage der Nachhaltigkeit, also ob man den Erfolg so auch beibehalten kann, wozu sich die underlying Numbers am besten eignen, also Expected Goals und so weiter und das dann halt hochgerechnet von Understat auf erwartete Punkte und demnach hat man mit fast 6 Punkten mehr wie erwartet schon eine Overperformance, also man überperformt schon so ein bisschen. Das Ganze ist jetzt aber nicht unverhältnismäßig hoch. Bei PSG zum Beispiel ist diese Differenz tatsächlich noch höher, aber um bei Brest zu bleiben, so wäre man mit 6 Punkten weniger trotzdem noch im Rennen um Europa. Klar, nicht ganz so weit vorne dabei, aber das ist schon kein Zufall, dass man da vorne dabei ist. Auch wenn man selbst keine weiteren Ziele wie den schon erreichten Klassenerhalt kommuniziert, sieht es derzeit vielversprechend aus, nächste Saison international vertreten zu sein. Allerdings wird Stad Brest aufgrund der UEFA-Richtlinien wohl keine Spiele im eigenen, 15.000 zuschauerfassenden Stadion austragen können, aufgrund der mangelnden Infrastruktur. Immerhin soll bis 2027 für über 100 Millionen Euro ein neues Stadion gebaut werden. Dabei würden dem Verein, der 1991 noch Insolvenz anmelden musste, natürlich zusätzliche Einnahmen durch europäische Spiele helfen. Zwar verlor man jetzt das letzte Ligaspiel relativ unglücklich beim 1. Ceylons, war aber bis dahin in der Liga seit dem 5. November ungeschlagen, was nochmal zeigt, wie gefestigt diese Mannschaft ist. Das ist einfach ein guter Mix aus vielen Spielern im besten Fußballeralter, die nie auf so einem Niveau performt haben, aber allesamt sehr erfahren in den Top-Ligen sind. Zusammen mit der interessanten, zum Profil der Spieler passenden Spielweise, holt man das Maximum aus den Spielern heraus und steht, wie jetzt schon öfters gesagt, nicht zufällig ganz oben dabei, da man einen klaren Plan verfolgt und immer als Einheit auftritt. Das soweit eines meiner aufwendigsten Videos bis jetzt auf dem Kanal. Deshalb würde ich mich wirklich sehr über ein Like freuen, wenn es euch gefallen hat, auch über ein Abo, falls ihr noch nicht abonniert habt. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Video, zum Verein in die Kommentare und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.